Für mich als Vater ist es sehr wichtig, dass meine Kinder in einem early stage an digitale Welt und Technologien benutzen. Als Montessori Kindergarten sind wir sozusagen ein Pilotprojekt für diesen digitalen Kindergarten. Das Curriculum, das wir created, ist basiert auf Kompetenzen, die internationalen definiert sind und die carefully mappt auf Graph-Struktionen, die vorherige Knowledge und Dependenzen bezeichnen. Mit dem, wir können die optimalen Sprache folgen. Und als Informatik und Didaktik, wir sind froh, dass wir die Ergebnisse von einem Studium und Didaktik aussehen können. Ich sehe meine Kinder haben Spaß mit Technologien. Sie lieben es, die in den digitalen Welt zu spielen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir uns über sie schauen, um sie in unsere Welt und in die digitalen Welt zu bringen, und nicht sie alleine mit ihnen. Und deswegen, ich unterstütze das Programm, was wir hier in Kindergarten machen.